Tschuttschut! Titunis! Titunis! Hallo Freunde von Titunis! Lasst uns die Eier öffnen und die Tiere der Savanne finden. Jaaa! Los geht's! Lasst uns die Überraschungen entdecken. Eins, zwei, drei! Oh, seht mal! Das sind bunte Überraschungseier. Lasst uns das bunte öffnen. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Hier ist ein schöner Elefant. Lass uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das... Orangene Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Oh, schaut! Ein kleines Öffchen! Haha! Lass uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das... gelbe Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Wow, ein Tiger! Wow, ein Tiger! Seid vorsichtig! Lass uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das... grüne Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Uh, seht euch die Schlange an! Haha! Lass uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das... blaue Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Ein Nierpferd! Haha! Lass uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... lila Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Und hier ist ein Zebra! Haha! Lass uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... rosa Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Ein gefährlicher Löwe! Jaaa! Bravo! Bravo! Danke für diese tollen Geburtstagsgeschenke! Jaaa! Auf Wiedersehen, Kinder! Hallo Freunde von Titoni! Lasst uns die Eier öffnen und Meerestiere finden! Jaaa! Los geht's! Lasst uns die Überraschungen entdecken! Eins, zwei, drei! Oh, seht mal! Das sind bunte Überraschungseier! Lasst uns das... ...bunte öffnen! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Ein süßer kleiner Fisch! Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... ...orangene Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Cool! Ein prächtiger Delfin! Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... ...gelbe Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Eine Qualle! Seid vorsichtig! Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... ...grüne Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Oh, ein Seegel! Haha! Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... ...blaue Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Eine große rote Krabbe! Haha! Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... ...lila Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Haha! Ein Seestern! Haha! Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen! Das... ...rosa Ei! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Und hier ist ein Wal! Haha! Bravo, bravo! Danke für diese tollen Geburtstagsgeschenke! Ja! Auf Wiedersehen, Kinder! Hallo, Freunde von Titoni! Wollt ihr wissen, welche Tiere sich in den Eiern verstecken? Ja! Los geht's! Lasst uns die Überraschungen entdecken! Eins, zwei, drei! Oh, seht mal! Das sind bunte Überraschungseier! Lasst uns das Bunte öffnen! Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Tye, meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei! Ja! Meck, 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 Frosch. Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das gelbe Ei. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei. Oh, eine süße kleine Kuh. Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das grüne Ei. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei. Oh, ein kleiner Wolf. Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das blaue Ei. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei. Ein kleines Schweinchen. Oink, oink. Lässt uns ein weiteres Überraschungsei öffnen. Das rosa Ei. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei. Eine große Giraffe. Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Meck, 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 was ist im Ei versteckt? Eins, zwei, drei. Und hier ist ein Huhn. Bravo, bravo. Danke für diese tollen Geburtstagsgeschenke. Auf Wiedersehen, Kinder. Danke für diese tollen Geburtstagsgeschenke. 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 Vielen Dank.